So, hier mal ein Test zum Hochladen. Ein Testfilm. Mal sehen, wie die Up- und Downloadrate ist. Die soll ja sehr gut sein bei meinem Provider und das werde ich jetzt einfach mal testen, ob das der Fall ist. So, wir haben jetzt hier einen Film von einem Jungs hier aus dem Vorschuss. Aber trotzdem, man wundert sich.